Eltern, jetzt haben wir ein Rätsel für euch. Wenn ihr es nicht schafft, dann wird es rückgängig gemacht. Wenn ihr es schafft, bleibt es doppelt. Nein, stopp. Wenn ihr es nicht schaffen, wird es rückgängig gemacht. Wenn wir es schaffen, verdoppeln wir es. Okay. Oh. Also. Ja, macht das mal mit dem Papa aus, weil der Papa hat mit euch angefangen. Also macht das bitte nur mit dem Papa. Rätsel für Opa. Okay. Was kommt im Alphabet nach dem B? E. Falsch. Yes. C. Was? C. Nein. Doch, A, B, C. Du kannst ja reden, wie du willst. Du meinst das Alphabet. Nein. Ich meine das Alphabet. A, B, C. Wirklich jetzt. Doppelt, doppelt. Ich meine das A, B, C. Nein, 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 nein. Er hat nämlich schon geguckt. Er hat nämlich Stalys Gesicht verredet. Was ist das? Ich würde mal meinen, ihr seid am Arsch. Denn es ist verdoppelt. Stopp. Können wir noch etwas machen? Müssen wir noch etwas machen. Okey. Stopp. Sop. Erst Vale.